Ich begrüße euch total und recht herzlich. Wie ihr wisst, mache ich ja meine eigene Sendung Ultra HD und AWMovie. Ich habe meine super Gäste hier, Prashant und die Lady stellt sich selber vor. Ich bin Danny Mendes. Hi. Ja, Danny und Prashant. Beide sind hier. Beide sitzen hier vor diesem Schneide. Ihr wisst, dass ich Schneide und wir schauen uns gerade super Sachen an mit Prashant, weil Prashant gerade über Xanten, über Duisburg, sie kommt gerade frisch aus Hollywood, aber das ist halt so, sie darf darüber nicht reden, ist so. Deswegen noch einmal an alle meine Kunden, die tagtäglich hier sind. Ich kann nicht immer und darf auch nicht immer, weil in unserem Geschäft, in unserer Welt sieht diese Welt ganz anders aus. Aber ich lasse euch einen Hauch von Hollywood, einen Hauch von Bollywood, Bollywood und Hollywood. Beide sind hier. Versteht ihr? Beide sind hier. Und er hat keinen Sprachfehler, sondern er kann einen Satz, den ich niemals könnte und der ist von Frosta. Bei Frosta Bamikuren gibt es kein Natrium-Methylparahedrooxybenzoat, Natrium-Totraborat, nur Naturkamera, keine Chemie. Frosta ist für alle da. Ich bin nicht von Bollywood. Ich habe drei Bollywood-Filme mitgespielt, aber in Frankfurt bei Heppenheim. Seht ihr? So ist Bollywood. Aber in Bollywood habe ich noch nicht mitgespielt in Indien. Nein, ich bin ehrlich. Er war schon immer ehrlich. Immer. Und sie ist ehrlich aus Duisburg. Und sie geht bald in Hollywood. Natürlich nach Los Angeles. So ist es. Wow. So ist es. Bobby. Bobby? Ach so. Bobby. Ja, ist so ein Bobby. So ein Bobby. Ich meine Bobby, ja. Ich gebe auch Bobby in London. Die war auch nicht schlecht, ne? In ZDF. Bobby. Diese Sequenz. Ja, warst du noch Taxifahrer? Ich habe in Oxford gespielt. Ein Mann, nicht im einen, im Fjord. Ein Sommer in Oxford. Richtig, genau. Da habe ich mitgespielt mit Dominic Raacke. Mega geiler Schauspiel. Ganz bodenständig. Also wie ihr gesagt, es ist so, wie es ist. An alle, die immer fragen. Jetzt ist die Frage beantwortet worden. Denn das war purer Zufall. Ein Porsche blieb hier stehen. Ein Fraschant stieg aus. Ja, und da ist er. Und wir müssen jetzt arbeiten. Deswegen mache ich die Kamera wieder aus. Ja, ich komme. Aus. 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 Vielen Dank.